Donald Trump will Zölle gegen Mexiko einführen und damit ist die zweite Front im Handelskrieg eröffnet. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf einen sehr spannenden Tag. Denn damit hatte irgendwie niemand so richtig gerechnet, was da passiert ist. Schauen wir uns doch das an, was da passiert ist. Es war wieder mal ein Tweet von Donald Trump. Am 10. Juni, sagt er in diesem Tweet, werden die Vereinigten Staaten 5% Zölle auf alle Güter erheben, die aus Mexiko kommen, bis die illegale Migration aus Mexiko aufhört in unser Land. Stopp. Die Tarife werden stückweise graduell ansteigen, bis das Problem der illegalen Migration gelöst ist. Und dann würden wir, wenn es gelöst ist, die Zölle aufheben. Details from the White House to follow. Und diese Details, die wollen wir uns gleich mal anschauen. Wie schaut es aus mit dieser Staffelung? Da haben wir nämlich ab dem 1. Juli 10%. Also wir fangen am Montag, den 10. Juni. Das ist praktisch in gut einer Woche. Damit kann sich praktisch kaum eine Firma vorbereiten in Mexiko. Und es sind ja vorwiegend amerikanische Firmen, die in Mexiko produzieren lassen. Dann die dort produzierten Güter eben in die USA einführen. Das wird bedeuten, dass entweder die Produzenten, die vorwiegend amerikanischen Produzenten, ihre Preise anheben müssen. Das ist inflationär. Oder sie müssen eben Einbußen bei der Marge verkraften. Das wäre schlecht. Also wie man es auch dreht und wendet. Es ist nicht wirklich ein Zuckerschlecken. Und vor allem, man hat wenig Zeit, sich darauf vorzubereiten. Die Bürokratie hat keine Zeit. Die Firmen haben keine Zeit. All das geht jetzt wahnsinnig schnell. Und damit ist eine völlig neue Dimension in dieser Geschichte. Schauen wir uns an, wie es weitergeht. 10% also ab dem 1. Juli. Dann haben wir 15% ab dem 1. August. Dann haben wir 20% ab dem 1. Oktober. Und 25% ab dem 1. Oktober. Also diese stückweise Anhebung. Und das ist sicherlich ein Schock für die Märkte. Schauen wir uns mal an, um welche Volumina wir hier sprechen. Oder um welche Volumina es hier geht. Hier sehen wir die Aufstellung des Handelsministeriums aus den USA. Was die Handelsbeziehungen betrifft. Da haben die Amerikaner im Jahr 2018 346,5 Milliarden Dollar. Oder Güter im Wert von 346,5 Milliarden Dollar importiert. Und 265 Milliarden Dollar exportiert. Allein in diesem Jahr sind die Importe schon bei knapp 87 Milliarden Dollar. Tendenz also steigend Handelsbilanzdefizit. Daher 81 Milliarden Dollar in 2018. Und der 22 Milliarden Dollar bisher jetzt in 2019. Es geht also um vergleichsweise viel. Das ist eine Menge Holz, die da importiert wird. Sind amerikanische Autos, sind deutsche Autos von BMW. Und wie sie alle heißen, die Autobauer, die in Mexiko produzieren lassen, um dann eben die Fahrzeuge in die USA zu importieren. Schauen wir uns vielleicht zum Vergleich mal an, wie die Geschichte aussieht mit China. Wir haben wie gesagt 346 Milliarden an Importen aus Mexiko. Wir haben 539 Milliarden an Importen aus China. Also China ist schon eine größere Dimension noch. Aber das kombiniert ist ein richtiger Hammer. Apropos China. Wir haben die Situation, dass so ein bisschen Hoffnung geschürt wird, dass es doch zu diesem Treffen zwischen Trump und Xi Jinping kommen wird. Das vielleicht so ein leicht positives Element. Chinesische Medien sind offenkundig angewiesen worden, ihren Ton gegenüber den USA nicht weiter anzuheizen, sondern ein bisschen runter zu kochen. Da will also sozusagen Peking vielleicht nochmal ein Fenster offen lassen, um mit den USA wieder ins Gespräch zu kommen. Aber ab 1. Juni, nämlich praktisch ab morgen, werden eben die Zölle gegen Zölle Chinas wirksam. Und wir haben jetzt eine Situation, dass wir heute nach Daten aus China gesehen haben. PMI-Gewerbe, also Einkaufsmanagerindex-Gewerbe mit 49,4. Schwächer als erwartet. Prognose war 49,9. Und damit wieder im Kontraktionsbereich, also im Schrumpfungsbereich. Die Dienstleister, wie erwartet, etwas besser, aber genau wie die Prognose. Aber alles guckt hier eben auch für die Industrie, auf das Gewerbe. Und da ist wohl schon einiges in Sachen Handelskrieg eingepreist oder eingepflegt worden in diese Daten. Wir sehen also, dass Chinas Wirtschaft durchaus möglicherweise durch diesen Handelskrieg schon beginnt zu leiden. Aber wie soll da jetzt etwas kommen? Vielleicht werden die Herrschaften Xi Jinping und Trump sich unterhalten. Aber nach wie vor ist man meilenweit entfernt von irgendeiner Einigung. Das hat gestern so ein bisschen, so wieder mal optimistische Töne von Trump. Ja, wir werden uns einigen, die Gespräche laufen super. Derzeit gibt es keine Gespräche. Dementsprechend ist das natürlich wieder ein schönes Märchen. Die US-Indizes sind nach oben gegangen. Müssen aber jetzt eben realistisch erkennen, dass sie jetzt eine zweite Front haben. Und wie gesagt, das trifft vor allem amerikanische Konsumenten. Das trifft vor allem amerikanische Firmen. Denn es sind amerikanische Firmen, die vorwiegend da in Mexiko produzieren, um dann die Güter wieder in die USA zu bringen. Also das wird richtig wehtun. Und das wird auch den Märkten wehtun, wie es aussieht. Schauen wir uns mal an, wie derzeit der Stand der Dinge ist. Wir sehen hier, booms, diese rote Kerze. 2766 aktuell, nachdem der Leitindex gestern nochmal versucht hat, in Richtung 2800 zu steigen. Die gebrochene Unterstützung. Aber jetzt wird die ganze Chance schwieriger. Das wage ich zu prognostizieren. Was haben wir noch? Wir haben den DAX. Was wird der aus der Geschichte machen? Aktuell 11.805 Punkte mit einem sportlichen Gap. Obwohl der DAX ja gestern gehandelt hat, aber nicht besonders impulsiv unterwegs war. Sehen wir eben relativ dickes Gap jetzt. Wir sehen, dass der Euro weiter unter Druck ist, bei 1.127 Dollar stärker auf breiter Fonds. Wir haben gestern die 10-jährige US-Staatsanleihe unter der Marke von 2,21 Prozent gesehen. Wir sehen, dass das Gold jetzt nach oben kommt. 1.292 Bewegung, die eben mit diesen Zöllen zu tun hat, jetzt gegen Mexiko. Mexiko hat unterschiedliche Stimmen in Richtung Trump gegeben. Eine Fraktion sagte, wir werden damit krassen Maßnahmen zurückschlagen, mithin also selbst Zölle erheben. Jetzt will offenkundig Mexiko Staatspräsident, aber wenn es irgendwie geht, heute noch nach Washington reisen. Aber sehr unwahrscheinlich, dass diese Geschichte verhindert werden kann. Was kann Mexiko tun? Trump fordert ja, dass man praktisch die Grenzen dicht macht von Mexiko oder überhaupt dafür sorgt, dass da keine Migration, keine illegale Migration, wie er es nennt, mehr stattfinden wird. Was haben wir noch? Wir haben also das Gold gesehen, dass es steigen kann. Wir haben zum Beispiel hier den Dollar mexikanischen Peso. Boom, es geht nach oben mit hin. Also der Dollar zum mexikanischen Peso für Mexiko natürlich ein echtes Problem. Und wir haben den Ölpreis, der nach unten kommt bei 56 Dollar 0,2. Also jetzt wird es kritisch, jetzt wird es spannend. Wir haben eine zweite Front im Handelskrieg. Trump versucht offenkundig jetzt in dieser Zeit die Geschichte mit China ein bisschen runter zu kochen, um sich dann eben Mexiko voll widmen zu können. Aber es ist eben eine weitere Ausweitung des Handelskrieges mit unabsehbaren Konsequenzen. Ich bin mal gespannt. Normalerweise ist die Saisonalität gar nicht so schlecht, wie wir hier sehen. Das sind Daten, die zurückreichen bis 2009 in einem Vorwahljahr. Nächstes Jahr ist ja Wahlen in den USA, Präsidentschaftswahlen. Normalerweise geht es dann rauf bis Ende April. Im Mai wird es dann schwierig. Und ab Ende Mai geht es dann nach oben. Eigentlich eine gute Saisonalität. Aber wie sollen die Märkte steigen, wenn jetzt ein solches Pfund Ihnen von oben auf die Füße fällt? Das ist die große Frage. Ich sage Ihnen einen guten Start in diesen Friday. Bis dann. Servus.